Alle rein in die Bunker, rein in die Bunker, sofort rein in die Bunker und in die Gräben und hinlegen, hinlegen in den Gräben. Jetzt. Und wieder raus, und wieder raus, weiter kämpfen. Infanterie kommt durchgängig aus West. Mit dem MG schwierig einzusehen, Fahrzeug, Feinfahrzeug, kommt rein. King, wir nehmen den großen Panzer, ja. Minus 1 auf King. Da kommt ein Panzer noch reinkommen. King, kannst du uns bitte den großen Panzer lassen? Okay. Danke. Feindlicher Supply Drop kommt auch noch. Hinter uns, Richtung Südost. Timer, guck dir das mal bitte an. Südost. Jo. Ritter wieder hier. Jo, wir kommen zurück. In der Scheiße. Alles gut. Wollt ihr nicht mehr an? Nein. Aber sieht aus, dass sie das Kreis fallen. Und ich. Ich seh sie. Mehrere auf Ping. Infanterie. Jo. Ist gespiegelt. Grob auf Ping. Okay, sind down. Sind down. Jo, ich renne hin. Jo, und ich brauche gleich auch nach vorne. Panzer von hinter uns. Panzer 4 von hinter uns, Hummel. Panzer 4 hinter uns. Panzer 4 hinter uns. Markiert. Die Straße kommt einer entlang. Auf Ping. Check. Schwerer Panzer. Hashtag fest. Hashtag fest. Mittelschwerer Panzer. Schönen Hecktreffer. Satchel. Satchel am Panzer. Satchel am Panzer. Satchel am Panzer. Satchel am Panzer 4. Rein in die Hardcaps. Rein in die Hardcaps. OP ist warm. Ja, deswegen den Panzer wahrscheinlich. Oh, nein. Das ist noch Infanterie. Das ist noch Infanterie. Schießen aus B. Sehr gut, sehr gut. Kammel. Alles voll so. Feind überläuft hinten. Wir brauchen mehr Leute in der Verteidigung. Panzer 4. Entstanden. Da ist von der Zeichen gar nicht. Die ganze Welle gespawnt jetzt. Wir haben einen Lux in der Hardcaps. Lux in der Hardcaps. Lux in der Hardcaps. Hummel. Die springen raus aus dem Panzer. Achtung, links von dir. Granate. Achtung. Tauro. Tretter halt durch. Der Panzer 2 ist unbesetzt. Weg hier, weg hier. Puschen, weg hier. Puschen, weg hier. Puschen. Infanterie pusht uns über Nordwest. Seht zu, dass ihr in den Gräben bleibt, wenn ihr spawnt. Ja, ich setz gleich den OP um. Feindverräter im WM7. Den habe ich mir gar nicht erwartet. Fuck, genauer Graben getroffen. Nein. Dies ist kein Problem.